Hallo, ich möchte euch heute unseren Moderationskoffer von Legamaster vorstellen. Das ist das. Es ist recht gross, recht schwer, hat aber extrem viel drin. Ich zeige es euch gerade. Aufmachen geht so, dass ihr hier unten einfach aufklickt. Dann hat es hier so zwei Höhlen drin, die eingehängt sind. Das müsst ihr hier ein bisschen runter aufmachen. Das geht hier ganz schnell. Dann ist er so aufgeteilt, dass es ganz viele verschiedene Sachen drin hat. Dann hat es erstmal Stift, dann hat es Kleber, es hat so Hundi, es hat aber auch Obali. Dann hat es diese zum Beispiel auch mit Klebenden, wenn ihr sie möchtet, aufs Papier kleben zum Beispiel. Die sind vielleicht mehr für eine Whiteboard-Tafel. Dann hat es auch noch Leim und es hat Tint da drin. Dann hat es ein zweites Fach, wo ihr hier oben aufmachen könnt. Da könnt ihr vielleicht auch noch Schere oder Kötter oder was auch immer ihr alles braucht. Und da hinten haben wir noch mehr Sachen. Also es gibt noch die Hünkte, die verschiedenen Farben und die grösseren. Und es hat hier auch noch so Wölkling. Wenn man es braucht für etwas Spezielles, wo ihr noch spezielle Emotionen reinbringen könnt. Das ist alles in diesem Kofferwerk wirklich. Und ihr könnt den online bei uns bestellen. Ihr könnt aber auch gerne bei uns anrufen, wenn ihr eine Frage habt. Und sonst, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!